Kinder erwünscht! Ihr Familienbüro bietet Ihnen eine bunte Palette aus, Beratung, Veranstaltungen und Kursen. Auf unserer Spielfläche können Ihre Kinder spielen, toben und Spaß haben und Sie können sich an unserer Kaffeebar bedienen. Information und Beratung gibt es gratis dazu. Unser Team bietet Eltern mit Babys und Kleinkindern Orientierung im Erziehungsdschungel, bei der Übersicht über alle Betreuungsangebote und informiert über alles Wichtige zum Bildungs- und Teilhabepaket. Bei uns im Familienbüro laufen alle Fäden zusammen. Zum Beispiel finden Sie hier auch die Koordinierungsstelle für das Gelsenkirchener Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz. Bei frischen Eltern und jungen Familien hat es sich herumgesprochen. Das Familienbüro hat einen prall gefüllten Angebotskalender. Schnuppern Sie mal rein!